Frau Bundeskanzlerin, wie zufrieden sind Sie mit dem Verlauf des Parteitages? Ich bin ausgesprochen zufrieden. Ich habe eben zum Schluss zu den Delegierten auch gesagt, dieser Parteitag hat uns allen gut getan. Ich habe sehr viel Unterstützung für meine Position bekommen. Ich habe damit Rückenwind auch für meine Arbeit bekommen in Europa. Und jetzt gehen wir mit Erwartung ins neue Jahr und in die drei Landtagswahlkämpfe. Und ich glaube, alle tun das mit viel Engagement. Die Karlsruher Erklärung wurde fast einstimmig angenommen. Wo liegen jetzt die großen Herausforderungen? Die großen Herausforderungen liegen in der Sache. Wir wollen natürlich illegale Migration reduzieren. Wir wollen deutlich da vorankommen und auf der anderen Seite auch legale Migration ermöglichen. Wir müssen die Fluchtursachen besser bekämpfen. Europa muss seine Außengrenzen besser schützen. Das heißt also, wir haben hart zu arbeiten. Und wir haben ja auch die drei Zukunftskommissionen hier noch verabschiedet, die Ergebnisse. Und auch da liegt weitere Arbeit vor uns, um dann auch Richtung 2017 das notwendige Wahlprogramm zu erstellen. Am Ende des Parteitages an Ihre Parteifreunde appelliert, dass Sie sich Zeit für Ihre Familie nehmen sollen in den Weihnachtsferien. Wie werden Sie die Feiertage verbringen? Was ist mit Ihnen? Ja, ich versuche auch, mir etwas Zeit zu nehmen, mein Buch zu lesen, mit meinem Mann in die frische Natur zu gehen und auch die Verwandten und Freunde ein bisschen zu besuchen.